Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Prepper, der Release-Version. Wir werden also jetzt endlich alle die Dinge erleben können, die uns in den ganzen Demo-Versionen vorenthalten wurden, die wir noch nicht gesehen haben. Deswegen würde ich sagen, wir legen mal direkt ein neues Spiel an und dann bin ich mal gespannt. Bereite dich auf das Schlimmste vor. Ja, also ich habe mich wirklich sehr auf dieses Spiel gefreut. Ich bin mir allerdings ganz ehrlich nicht sicher, ob es immer so clever ist, diese Demo-Version vorher rauszubringen, wo man in den Teil reinspielen kann und so. Hm. Ich bin da wirklich mittlerweile ziemlich unentschlossen, weil wir spielen es ja jetzt quasi schon ein drittes Mal an, wenn du so willst. Sollen wir das Tutorial immer spielen? Nein. Das sind wir, das bin ich und damit willkommen in dieser Trostlosen überwachten Stadt. Wir sind zurück an ihrem Wohnortbürger. Wegen dem Fluchtversuch haben wir ihr Fahrzeug konfisziert. Das ist ein Standardprotokoll. Natürlich ist es ihnen auch verboten, ein neues Fahrzeug zu kaufen oder zu registrieren. Die Agentur drückt ihre Hoffnung aus, dass sie es nicht noch einmal versuchen werden, aus Mürrikeville zu fliehen. Ha. Natürlich habe ich es vor, mich wieder in diese wunderschöne Stadt zu verlieben. Das ist eine lobenswerte Einstellung, Bürger. Von nun an sind sie auch auf Bewährung. Ich werde regelmäßig für eine kleine Inspektion vorbeikommen und nach staatsgefährdenden Aktivitäten und Gegenstände Ausschau halten. Dies ist ein Standardprotokoll. Ich bin mir sicher, dass sie Folge leisten und meine Besuche nur eine Formalität sein werden. Gott schütze den Präsidenten. Möge Gott ihn schützen. Gut. Dann wollen wir mal direkt loslegen. Natürlich wollen wir direkt loslegen. Ziel Nummer 1. Überleben. Natürlich. Ziel Nummer 2. Flüchten. Baue ein paar Pflanzen in deinem Bunker an. Ist unsere nächste Aufgabe. Okay. Zeit für eine unerdeckliche Form. Der Agent wäre nicht glücklich, wenn er das sehen würde. Wir brauchen... 5 Beete. 5 mal Samenbeutel. Oder... Ja. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Stellen schon mal um hier für die Inspektion. Und dann würde ich sagen, wir beginnen direkt dann hier irgendwo mal unter dem Haus zu graben. Dann muss ich erst mal überlegen, wie das denn nochmal genau war. Ich glaube, wir müssen dann erst mal hier auf... Werkbank. Nee. Ich komme erst mal runter hier. Oh. Post. Aus ihrer Maus kommt immer ein Klirren und Klimpern, Mr. Prepper. Es ist immer gut, etwas Beschäftigung zu haben. Ja. Ich möchte nicht mit ihr reden. Ich will einfach nur... Dein Fenster zur Welt. Äh, ja. Ich will nicht handeln. Ich will... Mache eine Bestellung und hole es in zwei Stunden ab. So soll das klappen. Nee, ich wollte eigentlich nur... Ach, jetzt. Einmal Brief. Tschüss. Der muss das nicht mitkriegen, wenn wir den lesen. So. Lieber Nachbar, mögen Sie im Allgemeinen Blumen, Kräuter und Pflanzen? Haben Sie Probleme, Freunde in der Stadt zu finden? Haben Sie genug vom städtischen Leben und den traurigen Männern in Einzügen, die ihr Haus durchsuchen? Mögen Sie die Natur? Wenn alles auf Sie zutrifft, und ich bin mir sicher, dass es das tut ist, dann kommen Sie bitte am Tag in den Wald. Sie werden sicherlich jemanden Freundliches treffen. Die lokale Kräutersammlerin. Genau, die kennen wir schon, und die wollen wir auch kennenlernen. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, hier unsere Werkbank, in welchem Zustand die ist. Der beste Freund eines Preppers. Herstellen, zerlegen. Was wäre besser, wenn sie vor dem Agenten versteckt bleibt? Das heißt, die müssen wir theoretisch sowieso schon mal unterbringen. So, wir hatten jetzt hier Prepper-Zustand, Uhr. Äh, Konstruktion. Meine Vorbereitung ist niedrig, weil ich zu wenig Schlaf habe, nehme ich an. Wie spät ist es denn? Dann sollten wir die Werkbank mal ins Inventar nehmen. Und dann machen wir mal ein kurzes Nickerchen. Die Herzen sind, glaube ich, Leben, ne? Meine ich zumindest. Und dann... Essen wir mal eine Kleinigkeit. Sehr gut. Ja, dann können wir eigentlich hier anfangen, so einen kleinen Raum zu bauen. Ich finde es immer noch faszinierend, wie der baut hier. Nichts funktioniert. Gut, dann Samen sammeln. Dann müssen wir mal die ganzen Schränke durchsuchen. Huch. Da sind sie auch schon. Fünf Sorten Samen. Sollen wir versuchen, die Sachen mal eben zu... Nein, nicht essen. Wir können mal eben kurz versuchen, die zu kochen. Einfach ein paar Rohre Zutaten mixen. Etwas Hitze dazu. Et voilà. Essen. Kochen. Macht das Essen üppig. Aber es gibt nichts, was wir kochen können. Gut. Dann würde ich sagen, dann bauen wir mal hier eine Leiter rein. Achso, ne. Die müssen wir erst, glaube ich, craften. Ich bin auch schon wieder müde, ne. Das ist ganz schön krass. So, Werkbank Level 1. 15 Metall. 5 Metall, 15 Holz. Aha, wo kriegen wir das denn her? Alles dauert. Ich fühle mich so... Ja, ja, ist ja gut. Diese ganzen Dosen können wir, glaube ich, zerlegen, ne. Nehmen wir die mal. Aber hier wahrscheinlich noch ein bisschen Glas. Und die Pfanne. Das werden natürlich alles Sachen sein, die dann bei dem Typen, dann werden die auffallen. Deswegen das nochmal mit dem zerlegen. Ach, das ging auch an der Werkbank, ne. So, einmal Metall. Hm. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Wir nehmen mal die Werkbank wieder mit. Obwohl, wenn er eine Inspektion macht, dann können wir die ja ganz schnell mopsen. Wir legen uns mal hin. Ich glaube, das wird sonst heute nichts mehr. Dann lieber mal eine Nacht schlafen. Okay, wir sehen, der Agent kommt erst in einiger Zeit wieder. Das ist natürlich gut. Dann können wir jetzt erstmal noch ein bisschen bauen. Ich will mal gucken, ob wir auch irgendwie Inventar zerlegen können. Ne, können wir nur an der Werkbank. So, Holz gibt es dann, glaube ich, im Wald, ne. Und Metall aus diesen Dosen und so. Gut, würde ich sagen. Oder sollen wir diese Holzkiste zerlegen? Ne, gehen wir mal in den Wald. Da sollten wir ja regelmäßig hingehen. Da gibt es ja eigentlich immer irgendwas zu holen. Bei den Sachen auch, die nachwachsen, ne. Wie die Beeren zum Beispiel. Und, äh, ja, Holz. Der Geruch von Abenteuer. Ich muss sich ein bisschen mehr gedulden. Der ist nicht so schnell. So, weiter in den Wald reingehen, würde ich sagen, brauchen wir auch noch nicht. Hier ist ja der nächste Quest dann. Bauen wir erstmal unseren Bunker und die Nahrungsversorgung. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. So, nehmen wir den auch. Und dann ab nach Hause. Ja, was, äh, würdet ihr gerne sehen, was ich hier zeigen könnte? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich persönlich freue mich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange auf dieses Spiel. Und, äh, vielleicht geht der ja auch so. Okay, stellen wir mal ein paar Bretter her. Wo sind denn jetzt die Blaubeeren hin? Ach, hier hin. Äh, kann ich daraus was kochen? Wasser. Zucker. Nee. Dann würde ich sagen, werten wir mal die Werkbank auf. Okay, so, dann brauchen wir. Wir brauchen eine Leiter, bestehend aus Metall. Okay, dann müssen wir noch mehr Metall zerlegen. Okay. Ist ja wirklich praktisch, ne, dass wir die Sachen alle hier haben. Gut. Ich glaube, eine Lampe würden wir auch brauchen, ne? Gehen wir hier auf die Birne und dann natürlich eine Wandlampe herstellen. Das ist total witzig eigentlich, ne? Aber gut. Aber wollen wir ein Nickerchen machen? Ja, komm. Im Moment geht es uns eh noch nicht so gut. Und ich würde mir gerne ein bisschen angewöhnen, auch mal näher an den Rand zu zoomen, damit man ein bisschen mehr sieht. Gut. So, Leiter. Leiter. Würde ich dann hier hin bauen. Dann eine Birne. Passen denn fünf Beete hier rein? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Oder sollen wir das jetzt erstmal nur für die Werkbank machen? Würde sagen, ja. Da sollte auch eigentlich unser Preparedness... Ich weiß gar nicht, wovon genau die Preparedness und so noch weiter abhängt. Weil so ganz klar scheint das nicht zu sein, ne? Jetzt passt die da nicht hin, weil die... Dann mal hier hin. Hallo? Hallo? Wieso kann ich die nicht da einbauen? Man sieht das leider nicht so richtig gut, was der Grün und Rot ist. So, wir brauchen Beete. Fünf Stück. Da müssen wir, glaube ich, aber auch nochmal eine Etage ausheben hier. Das heißt, wir brauchen auch nochmal eine Leiter. Und es ist schon wieder spät. Dann gehen wir nochmal eben was zu essen. Holen. Ich glaube, wir essen noch mehr davon. Ach, das ist ein Energy Drink. Ah, cool. Da können wir ja noch eben unten bauen. Ähm. Weißt du, reicht das für fünf Beete? Und da brauchen wir nochmal eine Leiter, ne? So, und die Beete... Wo sind denn die Samen hin? Die Erde konnten wir ja auch irgendwie verkaufen, ne? Gut, dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Und dann bin ich mal gespannt. Ein paar Tage haben wir noch, bis der Agent kommt. Den empfinde ich immer so als, äh, ja, wirklich nervige Unterbrechung. Aber ich glaube, da müssen wir durch. Du kannst Gegenstände in den Boxen anlegen und diese herausnehmen, indem du sie doppelt klickst. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Raummodus. Gehen wir hier runter. Bleibt der denn? Ja, das ist ja auch weiter bauen. Okay, und dann brauchen wir nochmal... Wir müssen nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen was zu essen holen. Wir brauchen noch eine weitere Leiter. Da fehlt uns Metall. Da bauen wir erstmal den Topf auseinander. Aber wir brauchen noch mehr Sachen. So, das sollte erstmal reichen. Wir haben ja auch schon ein paar Wege gefunden damals, wie wir die... Wie wir da auch richtig Geld draus machen können. Indem wir einfach Sachen bestellen und dann die zerlegen und dann wieder verkaufen. So, dann brauchen wir noch eine Leiter. Eigentlich sollte der sich ja recht wohl fühlen, ne? So wie wir da immer uns drum kümmern, dass es da vorangeht hier. So, Nummer zwei. Und dann brauchen wir noch... Noch eine weitere Birne. Wandlampe, Glas. Ich bin nur mal gespannt, was jetzt passiert, wenn der... Wenn der Inspektor kommt und wer wirklich diese ganzen Sachen zerlegt, ne? Sehr gut. Aber er fühlt sich auf jeden Fall schon mal vorbereiteter. Das ist schon mal sehr gut. Dann hängen wir hier mal ein Lämpchen hin. Und dann können wir auch, glaube ich, die Beete schon mal hier reinbauen. Hm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Wie kriegen wir denn nochmal Wasser darunter? Einfach so? Einfach so, okay. Machen wir kurz das Niggerchen und dann... Hm. Vielleicht noch mal in den Wald? Mal gucken. Dann machen wir eine Runde Schnellpflanzen. Ist ja jetzt wirklich nicht so spannend. Ich glaube, denen fehlt auch ganz schön Licht hier unten. Ah, kein Samen mehr. Okay. Mal bewässern. Ja, also die meckern richtig, dass wir kein Licht haben. Dann bauen wir eben noch... Vielleicht ein, zwei Lampen und wir müssen noch irgendwo Samen finden. Ah, ich seht schon wieder zu spät. Ja. Okay, das reicht für die. Da seht ihr, wie groß der Einfluss ist von der Lampe. Was hier unten noch immer drin hängt. Okay. Ja, wir könnten auch mal in den Wald gehen nochmal Beeren essen. Aber solange wir aus den Zutaten eh nichts anderes herstellen können, können wir die auch eben alle essen. Gut, die Notreserve haben wir jetzt auch noch angebrochen. Gut, da würde ich jetzt mal sagen, wir schauen nochmal ein bisschen in den Schränken rum, ob wir nicht irgendwo Samen finden. Das war auf jeden Fall nochmal Geld. Sehr gut. Köder zum Angeln. Oder ach, das waren diese Tierköder, ne? Sehr gut. Oh, der sieht immer so freundlich aus in der Schrank. Der guckt immer so lieb. Das war es aber, glaube ich. Achso, eine Lampe wollen wir noch bauen. Dann gehen wir hier noch schnell pflanzen und dann einmal nochmal bewässern. Und dann haben wir aber, glaube ich, schon mal ordentlich was geschafft. Für die erste Folge. Okay. Pflanzen brauchen Wasser und Licht, um zu wachsen. Du kannst Wasser aus dem Waschbecken nehmen. Halte deine Farm gut belichtet. Mehr Licht, schnelles Wachstum. Yes, indeed. Dann nochmal bewässern. Nahrungsquelle gesichert. Ich sollte wieder auf meinen Plan schauen. Ja, okay. Das Spiel hat andere Pläne mit uns, als ich mit uns hatte. Aber da könnte jetzt wirklich sowas kommen wie, ne? Such dich in der Umgebung um. Der Trecker, ne? Der ist auch immer gut unterwegs, ja. Auto, Flugzeug, Rakete? Nein. Das wäre einfach nur verrückt. Fluchtplan. Okay, mache einen Plan. Inspiration. Ich muss noch mehr planen. Wie kann ich fliegen? Ich muss etwas Inspiration finden. Okay. Ja, wollen wir noch irgendwas machen? Hier im Haus noch Sachen zerlegen, die wir irgendwie verwenden können. Die Brotdose würde ich jetzt nochmal zerlegen. Vielleicht noch eine von den Pfannen. Hier oben die Kästen. Und dann müssen wir aber... Wir dürfen nicht immer so viel auf einmal zerlegen. So. Können wir denn schon was bestellen? Wir haben doch gar keinen Laden, ne? Doch. Nancys Haus. Hä? Wieso sind denn die schon da? Okay, gucken wir mal eben. Nancy. Verkauft einen Schrank für zwei. Da kriegen wir ein Holz raus. Der Supermarkt. Ne, andersrum. Hier können wir verkaufen. Altpapier. Und die will Schränke kaufen. Okay. Und hier können wir Zutaten kaufen. Wir können Wasser kaufen, aber nichts verkaufen. Oh, wir können Zucker kaufen. Was ist das? Energieriegel. So. Und Sergej ist... Genau. Das ist der Halunke, der uns immer hier die guten Sachen zum Zerlegen liefert. Zum Beispiel können wir hier... Das ging halt. In der Demo konnten wir da nicht noch mehr machen. Lass uns das einfach mal durchrechnen. Wenn wir jetzt eine Palette nehmen, kriegen wir da fünf Holz raus. Und er zahlt für ein Holz... Nee. Das lohnt ja gar nicht. Wir kriegen aus einer Palette fünf Holz. Und er zahlt pro Holz... Palette... Okay. Wir müssten zwei Paletten zerlegen. Okay. Nancy möchte gerne von uns Regale haben. Wir können das Holz natürlich auch im Wald sammeln, ne? Pass auf. Das machen wir morgen. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin ist euch der beste Name fürs Zuschauen. Wir liegen und schlafen. Und sehen uns noch morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.